Im Anlegerprozess um illegale Abschalteinrichtungen bei VW-Fahrzeugen am Mittwoch in Braunschweig hat der frühere Unternehmenschef Martin Winterkorn eine Verantwortung zurückgewiesen. In diesem Verfahren geht es heute um die Frage, ob die Volkswagen AG den Klägerinnen und Klägern auch Schadensersatz haftet. Das ist aus deren Sicht der Fall, weil die Volkswagen AG sie nicht rechtzeitig über den Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtungen informiert haben. Bei dem Prozess geht es vor allem auch um die Frage, ob Volkswagen und dessen Hauptaktionär Porsche die Anleger zu spät über das Ausmaß des Dieselskandals informierten, der den Aktienkurs damals stark sinken ließ. Es gab so viele Hinweise darauf, dass es Schwierigkeiten gab bei der Entwicklung dieses Diesels, die zumindest hätten Anlass geben müssen für Herrn Winterkorn und den Vorstand dem nachzugehen. Und wir können uns nicht vorstellen, dass über acht Jahre, die das Ganze ja dauerte, keine Information an den Vorstand gelangt ist. Gegen Winterkorn persönlich sind im Zusammenhang mit den Manipulationen auch zwei Strafverfahren anhängig. Volkswagen hatte im Jahr 2015 eingeräumt, Dieselabgaswerte manipuliert zu haben. Eine Software sorgte dafür, dass die Motoren die Stickoxidgrenzwerte auf dem Prüfstand zwar einhielten, auf der Straße aber ein Vierfaches der Abgase ausschließen. Wann dieses Verfahren beendet sein wird, ist zurzeit noch nicht absehbar.